Und damit ein herzlicher Seher Willkommen und hallo zu einem weiteren paar harter Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Ich bin der Samson Mafix, wir sind nicht nur auf unserem Weg zu 100% in diesem schönen Spiel. Ich gehe nochmal zu meiner besten Freundin hier, die dich fast so lieb hat wie Aerith, nämlich die gibt mir immer die gratis Phönix-Feder. Zumindest ist es jetzt so, dass wir aufbrechen müssen, um einen Makro-Reaktor zu suchen. Sefirot hat uns hier schon angedeutet, dass es keine schöne Mission wird und wir alles eliminieren müssen, was sich hier Schindern im Weg stellt. Und da es möglicherweise auch dafür sorgen wird, dass er möglicherweise kein Mitglied mehr von Schindern sein wird. Na, das ignorieren wir jetzt einfach mal, weil Sefirot würde doch niemals uns betrügen. Wir reden jetzt hier nochmal mit den Damen hier vorne am Empfang und bevor wir hier nämlich aufbrechen, wollen wir uns nochmal Aerith sehen, aber davor haben wir noch was anderes vor. So genau, ähm, das, ähm, ich muss gerade überlegen. Eigentlich denke ich, äh, macht hier, äh, hier einem, äh, den, also die Tante hier macht einem, ähm, äh, den, äh, den, äh, Fanclub. Aber, scheinbar, darüber haben wir das schon wieder verkackt. Aber es ist wurscht, wir können uns trotzdem mal um was kümmern und zwar um die anderen Fanclubs. Wenn wir das irgendwie richtig anfangen, aber aktuell läuft es nicht so. So, doch, hier, mit einer können wir reden. Und jetzt, wir müssen uns die Fanclub verbrechen. Unsere Fanclub bekommen von Genesis' Familie zu verbrechen, um unsere Aktivitäten zu verbrechen. Aber plötzlich, wir haben alle Kontakt mit ihnen verloren. Und jetzt können wir nicht mit den Kosten zu verbrechen. Es gibt keine Chance, dass wir mit unseren Aktivitäten weitergehen können. Genesis, ich bin so sorry. Wo würde wir finden, ein frisch Fanclub? Do you know? Ich meine, wir waren die frischsten Fanclub in der Stadt. Aber jetzt, wir sehen uns. Die einzige Assetz, die wir haben, sind wir in der Left-Ober-Stock unserer Menorra Apple-Jewelrie. Ich habe gehört, dass die Silberle abholten neue Mitglieder nur den Tag. Ich habe nicht die größte Begründung. Es gibt eine Grunde, die Leute sagen, dass die Fanclub eine Erwärmung ist. Sie machen es nicht einfach für die Leute zu befreuen. Aber trotzdem, es muss es sein, dass alle diese Probleme und die Arbeit zu sein. Ich versuche dir, ich werde ein Mitglied. So, ähm, ich glaube übrigens, das mit dem Zack-Fanclub, das haben wir verkackt. Ist aber das für Offscreen-Muffics dann, was er dann mal nachholen muss. Aber egal, wir können das mit den anderen, äh, Clubs immer machen. Und zwar, das ist natürlich ganz deutlich, wir kennen natürlich bei den Genesis einen weiteren Fanclub und mit dem könnten sie sich zusammenzuholen. Aber sie haben nicht einen Finger, um uns zu helfen. Na gut, sie sagten, wenn Sie auf die Verbindung, werden Sie Apple-Jewelrie geben. Sie haben viele. Apple-Jewelrie? Sehr gut. Wenn sie so weit gehen wollen, dann ist das genug, um uns zu Hause zu bringen. So, dann sieht es doch bei den Damen gut aus, also die Clubs, äh, kriegen wir schon mal zusammen. Dann schauen wir uns, äh, nach der Mutter hier um. Finde ich schon ganz dreist, man. Lässt einfach ihren Sohn eiskalt zurück, man. Sagt, ohne Angie lässt das Leben nicht leben. Was ist mit uns? Wir sind unser Mentor gewesen, unser Held oder was auch immer. Huh? Hey, du! Dein Kind war für dich. Deine Frau war für dich. Deine Frau versuchte mich nicht. Ich habe mich entschieden, dass ich für Angeil bin. Was hast du gesagt? Was ist mit dein Kind? Wenn Angeil hier gewesen wäre, was du sagen würdest du sagen? Nichts, aber ein Monster? Du bist richtig. Wenn Angeil hier gewesen wäre, könnte er sagen... ... etwas wie das. Du hast einen guten Sohn. Er ist immer schuldig, aber er ist mehr über dich. Ja. Ich weiß auch über das. Geh nach Hause. Und trägst du dein Kind, um einen großen Mann wie Angeil zu sein. Was ist tatsächlich tragisch. Das Spiel ist mega gut. Aber es ist halt echt mega dumm, weil... Liebe Leute. Weil man muss von jedem... in dem Spiel muss man eine E-Mail bekommen haben. Und das habe ich damit verkackt. So. Hallo! Hallo? Heini in Golden. He told me that his job is being a Dawn. A Dawn? That's a strange job name. I heard fan club members will soon be receiving exclusive rare photos of Sephiroth. But isn't it amazing? How did they manage to get photos of Sephiroth? It must be the chairwoman's work. I'm thinking that she must have a close relationship with Sephiroth. To be close with Sephiroth. I'm so jealous. Oh, new mail already. In Costa del Sol und an drei weiteren Orten, die gleichzeitig stattfanden, sind das Werk einer Terroristen-Anti-Shinder-Gruppierung. Ihr Ziel war es, von uns Gefangene ihr kriminelle Elemente zu befreien. Ist alles gelogen. Und so ihre Stärke zu demonstrieren. Doch dank der Beherzeneingreife unserer Soldaten war die Lage schnell wieder untergründet. Selbst in Sephiroth, das den heftigsten Angefahrtsgesetz war, konnte der Schaden auf ein Minimum begeistern. Alles gelogen. Es war komplett alles zerstört. Selbst Sephiroth, der es vorzieht, alleine zu arbeiten, hatte einst zwei gute Freunde. Wir werden euch heute mit einer kleinen Episode aus dieser Zeit erfreuen, die euch sicher zum Schmunzeln bringen wird. Die drei liebten es, im Trainingsraum ihr Wissen zu treiben. Doch um ihre Ehre als Erste zu wahren, taten sie dies immer nur heimlich. Wenn die Zweiten ihr Training beendet hatten, dann stellte sich einer mit einem dummen Apfel auf den Kopf in den Raum und die anderen zwei warfen aus einem gefährlichen Schwert, um ihn zu spalten. Und diesmal hast du Sephiroth gewonnen haben, denn der Apfel stets präzise in der Mitte traf. Alter Leute. Also, ich glaub, dass die das alles drauf haben. Aber ich hatte trotzdem Angst. Ich hatte trotzdem derma Angst, wenn ein Typ... Also, ich mein, seht ihr dieses Schwert, was Säck hier auf dem Rück hat? Stell dir vor, Genesis, stell dich mal dahin. Ich schmeiß jetzt, stell dir mal mein Schwert. Das ist mir irgendwie gefährlich vor. Also, wir gehen jetzt noch mal zu den drei Tanten noch. Ich hoffe, das klappt jetzt immerhin. Ah, liebe Leute, man. Dieser eine Trophy mit den E-Mails, das ist echt ein Drecks-Trophy, man. Also, es gibt echt ein paar dumme Trophys, besonders weil halt alle skippable sind, weil man halt keinen Chapter-Selection hat. Das hätten sie ruhig machen können. Ähm, naja. Aber in Don't-on-Row, wir wollen's mal hinbekommen und wir wollen's mal nicht hinbekommen. Hilft dir nix, liebe Leute, spielen wir's doch noch mal durch. Okay. Okay. Ich empfehle mich, dass du einen Fank-Club gemacht hast. Ich empfehle mich. Wir sollten den Fanklub zurückbringen, um mein eigenes Gut. Von jetzt an, die Höhepern von Höhepern werden von mir und meinem Junge. Ich danke dir. Ich werde dich ein honorarischer Mitglied von unserem Klub machen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich habe gehört, dass die Silber-Elite akzeptiert wurden. Ich habe nicht... Es gibt einen Grund. Die Leute sagen, dass die Fanklub eine urbane Legende sind. Aber sie machen es nicht einfach für die Leute, die es trotzdem... Naja, das Wichtigste haben wir geschafft, dass die nämlich hier mit ihrem Sohn wieder zusammen ist. Mich wundert es nur, dass da jetzt bei der anderen schon wieder keine Trophy aufgeploppt ist. Die Trophys, das macht mich fertig, Mann. Weil manchmal ploppten da welche auf, war nicht, weil das. Und das ist zum Beispiel genauso wie bei dem Materia-Aufsammeln. Ich war mir einfach zu 1000% sicher, dass ich das alles richtig gemacht habe. Und dann hieß es, nö. Das nervige ist, ich habe, glaube ich, kein Safe-Game mit Juno. Das heißt, Chapter 6 muss ich nochmal neue Komplett-Spiel. Aber egal, liebe Leute, das ist mir wurscht. Das ist mir jetzt alles wurscht, denn es gibt eine Sache, die wichtig ist, dass Trophys... Ja, liebe Leute, ihr hört richtig. Meine geliebte Aerith. Und deswegen reisen wir jetzt hier mit Mops-Geschwindigkeit zu ihr. Und schauen wir mal, wie sich hier der Blumenwagen macht. Und langsam müssen wir uns natürlich auch von ihr verabschieden. Finanzbericht. Nach langen Jahren intensiver Forschung der Abteilung für Waffenentwicklung ist der Proton im neuesten Waffensystem endlich fertiggestellt. Wir gehen fertig in den Slums getestet. Funktioniert super. Sollte sich diese Waffe als einsatztauglich erweisen, wären erhebliche Personalkürzungen denkbar. Was uns enorme finanzielle Einsprung ermöglichen würde. Aufgrund des verheißenen neuen Waffensystems der Beschünder folgende Budgetänderung vor Ort. Die finanziellen Mittel der Sicherheitsbehörde werden von 10 Milliarden Geld auf 7 Milliarden gekürzt. Die der Waffenabteilung von 8 Milliarden Geld auf 11 Milliarden erhöht. Tja, und als nächstes trifft es natürlich uns gute Soldatmitglieder. Naja, tschö. Aber was soll man machen? Oh, Zack! You're done with work already? No, I was given a big task, and I have to leave Midgar for a bit. How long is a bit? Hmm, don't know. I see. Can I call you? Of course! And don't worry, I'll be done and back in no time. Hey, can we start now? Uh, what? Filling the slums with lots of flowers. Yeah, it's looking really cute. You think people will buy? Nobody's coming. No, no, they're coming. We just need to have a little more patience. Hmm. I think maybe the wagon isn't all that cute. Oh, a customer! Hey, hey, you there! Need flowers? Just for you, 10 gill a pop. These are real flowers, mind you. Don't miss out. Eryth, this customer's offering 5 gill. Sure, any price is fine. No, we need to be aggressive. I'll counter with 7 gill, no less. But, the customer just left. Ah, I'm sorry, Eryth. Sorry, but why? I'm having a great time. Oh, look, Zach, another customer! Don't worry about Eryth. Protecting the subject is part of the surveillance. You're the only one I can depend on. Hey, hey! Why are you laughing? I'm counting on you. Oh, welcome back. You're in luck. Sephiroth hasn't arrived yet. So, will you wait for him here? What? So, sammeln wir mal. Der hat einfach einen Blumenwagen ein und sprich danach erneut mit Eryth. Das ist schön, dass er mir jetzt genau gesagt wird, was wir haben müssen. Und auch wenn ich jetzt mega piss bin wegen dieser einen dober E-Mail, liebe Leute. Man wisst ja, das Problem mit dieser E-Mail ist jetzt, ich muss das gesamte Spiel jetzt nochmal durchspielen. Wegen einer scheiß E-Mail, die ich jetzt jetzt von dieser Plutz bekommen, weil ich nicht dem Zach-Fan-Club beigetreten bin. Weil, wie gesagt, man braucht von jedem eine E-Mail. Und ich glaube, ich muss auch nochmal eine Mission machen. Aber Leute, das ist alles wurscht, liebe Leute. Ich mag das Spiel, das Spiel gerne. Und ich spiele es gerne nochmal 50, 60 Stunden durch, Mann. Who cares, liebe Leute, Mann. Und, ja, ist halt so. Trotzdem hat mich das jetzt ein bisschen aus der Bar geworfen. Aber immer die anderen Fan-Clubs sind glücklich. Das ist doch immer ein Etwas. Und nun schauen wir nochmal bei Eryth vorbei. Weil, wie gesagt, wir können ja hier nochmal einen zweiten Blumenwagen und einen dritten sogar herstellen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die beiden noch machen. Und hier ein bisschen, hier, ihr wisst ja ein Blumen für Midgar und Geld fürs Portemonnaie hier rausschaffen. Denn, liebe Leute, wir wollen ja, dass Eryth hier mal ihre Kirche ein bisschen pimpt. Das Dach ist ja kaputt. Übrigens war eine schöne Szene von Zack. Der tut immer so eiskalt und so. Aber, ja, liebe Leute. Er merkt halt, dass er sich sexy Sorgen um sie macht. Finde ich schön. Also, äh, dann. Mein hübscher Eryth. Zack, es sieht aus, dass du viele ähnliche Wälder hast. Mithril Tools und Walnut Wood und Premium Tires und Craftsman Monthly, huh? Wenn wir diese Materialien nutzen, können wir noch ein Wälder machen, glaube ich. So, was du denkst? So, was du denkst? Ich liebe es! Das ist noch das beste. Er schießt, er schießt! Jetzt, wir kaufen ein paar Wälder. Ja, es sieht wirklich schön aus. Er schießt, er schießt, er schießt, er schießt, er schießt. Er schießt, er schießt, er schießt, bevor du ihn kennst. Oh, sind diese realen Wälder? Sehr schön! Aber natürlich, Erich hier hat er sehr viel Liebe und Wälder gehalten. Wirklich? Es wäre toll, diese Wälder zu sehen, um die Wälder zu sehen, um die Wälder zu sehen. Ja, das ist mir und Erich's dream. Nicht nur die Wälder. Die Wälder und die Obermiddag werden voll von Wälder zu sehen. Ja, wir werden sie vor, um die Obermiddag? Hm? Warum hast du... Oh, du bist noch Angst, der der Schnee? Ja, aber ich will gehen. Ich will versuchen. Okay, nach dem mein nächsten Job ist fertig, wir gehen. Really? Ja, ich versuche. Vielen Dank, Zack. Zack, es sieht aus, dass du viele coolen Wälder hast. Shinra Solder und... Shinra Ceramic und... Shinra Treads und... Shinra Lunch Cart Specs, huh? Wenn wir diese Materialien nutzen nutzen können, wir könnten eine andere Wälder machen, ich denke. Das ist nicht so, dass ich einen Wälder machen will. Woah, das ist ein Wälder. Das ist nicht so, wie ein Wälder. Zack, das ist so, wie ein Wälder. Das ist ein Talent! Jetzt, lasst es raus und verkaufen einige Blumen! Ja, es sieht wirklich schön aus. Du denkst, die Leute kaufen? W-What ist das? Ich habe nie gesehen diesen Typen vorher. Ist das die neue Shinra-Wippen? Nein! Kannst du nicht sagen? Es ist ein Blumen! Würdest du irgendwelche Blumen? Nein. Was bist du auf? Ich gebe dir 10,000 Gil für das. Ich kann es um eine Krone zu verändern! Es vergessen zu! Diesen Wagen? Ich habe es für Aerith gemacht! Mit meinen eigenen Handeln! 10,000 Gil? Huh? Was? Aerith, bist du- Hey, Pau! Wenn du nicht kaufen willst, dann schreibe. this is the reported area the weapon is here preparing to engage i keep telling you it's just the flower wagon was gerade also welche welche findet ihr best der klassische ist es halt der standard der Der ist so ein paar böse und der ist ja eine Kampfmaschine, der 6er. Ja, mit dem werde ich ja ganz mitgekommen. Großartig, Mann. Echt großartig. Also, machen wir noch ein neues Save-Game. Ja, liebe Leute, und damit verlassen wir uns unsere hübsche, wunderbare Arrow-Fan. Sehr amüsant, sehr lustig und wie sie auch so sagt, 10.000 Geld. 6, Liebe oder 10.000 Geld. Das ist schon verlockt, liebe Leute. Ist 6, Liebe wirklich so viel wert, das bin ich mir der ganzen sicher. Also, dann haben wir das alles geschafft. Nun, wie gesagt, fehlt uns noch ein finaler Schritt. Und das heißt jetzt hier, Abschied aus unserem schönen Midgard zu nehmen. Denn wir gehen jetzt nach Modeo heim und untersuchen einen Reaktor. Ich hoffe nur, dass da nichts Schlimmes passiert, liebe Leute. So, ein paar der Clubs haben wir immerhin hier glücklich gemacht. Ein paar nicht. Ein paar hat am Maxi verkackt, aber das ist ihm wurscht. Denn, ich würde mal sagen, du bist übrigens meine Erzfeindin. Du bist meine absolute Erzfeindin. Weil nur wegen dir kriegst du eine Trophäe nicht, Mann. So, aber hilft auch nichts, liebe Leute. Allein schon die düstere Musik hier, war eigentlich immer so entspannte Musik. Aber jetzt ist halt ja komplett furchtbare Musik. Das sagt eigentlich schon alles. Also, gehen wir zur Soldatetage. Und das ist, dann ist es da, wenn du so guten Freund Sephiroth, der Dinger, der etwas Böses machen würde, aufzubrechen. So, will you wait for him here? Thanks for everything. I'll be back in Midgar before you know it. I'll see you around. Yeah, see ya. What's up? I'm having a little trouble. Rounding up the group. We're in a hurry. Let's move it. Sir. What? Cloud? Together again, huh? Alright. Thanks. Hold on. I'll get everyone. By the way, where are we going? To Nibelheim. To Nibelheim. So, habe ich jetzt eigentlich gespoilert, dass wir nach Nibelheim gehen? Schreiber. Habe ich, ich habe übrigens auch Modeoheim gesagt. Modeoheim waren wir schon, liebe Leute. Schlecht wie und je und keine Ahnung, hat er wie je und je. Liebe Leute, wir machen diese schnellen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Final Fantasy Crisis Core 7. Und dann, würde ich mal sagen, geht es auf nach Nibelheim. Diesmal, diesmal das Richtige. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.